und hier interessieren wir doch die alleine waren oder eventuell sogar eine auf dem berg waren und der andere dahin gelaufen ist weil ich meine was mich beschossen hat war im von turmos zu ersten empfiehre könnte ich mich auf irgen ich bin überhaupt auf dem richtigen berg ja wie ist denn jetzt der plan was dafür wenn ihr einfach in euren tod bin ich konnte dir nicht helfen er hat mich beschossen aus nicht was dafür wenn sie wieder rein rennst du mit selbst ja und dann bin ich habe ich mich auch verbunden und bin dann wieder losgelaufen ich habe ihn doch weil ich habe ich gesagt komm auch komm auch und du bist nicht hingekommen du bist ja erstmal weggerannt erstmal darum geht das ist ja auch gar nicht was jetzt der klar nirgendwo genau wie auch die pvp ich versuche den typen immer noch auswendig zu machen das ist gar nicht der bär ja das ist doch mal ein bord ich kann dann entweder sagt dir wie die lage da ist dann gleich zu ich bin jetzt in klinikum Kampi Vopo so der Brüche vorbei du hast vorhin gesagt ich wer war da du hast du gesagt vorhin dass du da gesprochen hast ja was anderes gesagt dann du bist im Kreis gelaufen hier sind zwei spieler warte 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 wirklich warte warte we hier n Sniper hell, aber selbst vom Sniper-Bergs weg. Ich fahr hier im Kreis die ganze Zeit um sie rum. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen mich verfolgen, wir werden Party haben. Sie versuchen mich jetzt auch... Nein, den Elektro, Alter, da muss ich auch erstmal ein bisschen laufen jetzt, ne? Henrik, ich brauch dich gleich in Elektro. Ich bin da und hab noch Feuerwerks, Lukas. Ja, das ist auch... Was ist das da, Henrik? Alex Elektro? Elektro ist nichts, da bin ich ja gerade. Dann warte mal, ich bring dir zwei Opfers. Ich loot dir gerade ein bisschen. Oh, da müsste ich trinken gehen. Warum ich noch hydrated bin. Dann mache ich mir jetzt sonst auf dem Weg zu euch. Er fragt, weil ich... Ich stimm mich in die Kackstimme. Ich stimm mich in die Kackstimme. Ja, ich bin schon sehr gut. Guido Westerwelle, Play Stacy. Sag, du heißt Guido Westerwelle. Jetzt wo ich keine Partei mehr habe, spiele ich nur noch Computerspiele. Hallo, mein Name ist Guido. Und heute, da spielen wir Daisy. Oh, nein, oh, das ist crazy. Moment, der kann ja kein Englisch. Ich hab gesagt, ich heiße Guido Westerwelle. Und er sagte, ha, in Deutschland. Und ich sagte, no, oh, what was that too obvious. Das ist nichts Neues. Wurde angeschossen in Daisy. Also nicht angeschossen, wurde auch nicht geschossen. Du wurdest gerade angeschossen? Ja, ich mach gerade Faustrock ganz schnell weg. Widerschütze. Na gut, dann sag deinem Kerl, du bringst vielleicht drei Freunde mit und wir kommen. Ne, ich lauf hier weg, ey, Faustrock und so. Ich hab meine drei Freunde gelatschen gerade, äh, zwei Freunde gelatschen gerade. Ich bin auf dem Weg. Wir r-r-rushen voll rein. Ladet mich auch zu eurer Party ein. Seid ihr schon da? Das Schild haben wir abgef- wir sind gerade am Schild vorbei. Ich lauf denen jetzt ein bisschen her, die machen auch Faustrock. Wir laufen auf der Straße. Ich komm über den Stiperhügel. Er-er wollte mich boxen, bitte. Vorausgesetzt, der Typ findet mich nicht, der mich geschossen hat von irgendwo her. Sack, ich sag mi nicht. Wir gehen nach Schule, ey. Wir gehen auch mit Schild und Seibel hoch. Okay, nice. Ich r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r-r. Wir Mike weaken voll gut so lange. Ich bitte Susi. Die beiden Typen sind nicht ich. Sag mal, wie du mich hören kannst. Ich rede jetzt die ganze Zeit. wir laufen auf dem Weg des Berges gerade man seid die Achter, okay ich glaub ich weiß wo der Weg ist wir sind schon auf dem Weg ich seh so zwei Typen hier rennen ich hör mal ich hör euch, ja hier bist du? ich bin die Tussi im Weißen die Schwarzen sind die Bösen ich bin der da hinterherhängt ja die haben schmerzte T-Shirts man die laufen genau dahin wo der Typ jetzt gerade hinlott weil ich da weggerannt bin warum seh ich denn niemanden ey so Affen ja und jetzt crash sich fick dich spielen wieso crash sich das hier in Balotte jetzt da ist noch einer mit mit nem gelben T-Shirt diese Abstürze gehen wir echt auf den Sack was ist hier los? ich schau grad, es gibt da keinen Fallschaden gell? ne ich glaub ich will auch nur mit der Waffe fallen und von oben achsen in der Feuerwehr unten ist einer mit nem gelben T-Shirt Alex der hat keine Waffe, das bin nicht ich ich such den, hier hat einer geschossen der war ich nahe, den such ich und der mit dem schwarzen T-Shirt ist oben noch auf dem Dach einer also hier sind zwei Leute ich weiß nicht wo du bist ich bin auch auf dem Dach und kriech ja rum ich such den mit der der mit dem gelben T-Shirt rennt grad wieder in die Stadt der hat irgendwer geschossen grad hundertprozentig und den such ich ja aber nicht hier oder? oh mein Gott oh mein Gott meine Ohren du lockst ein und der spielt irgendjemand Musik ja diese Sounds und so, ja ja genau das ja der Typ ist der schwarzen T-Shirt du hast dir alle entkommen lassen Alex er ist runtergeklettert der rennt da vor dir draußen mit der Mauer und hat der rennt auf dem mit der Waffe zu, oder? ne der rennt auf dem Zombie zu die laufen nicht auf dem Feld weg ja ich sehe sie, ich bin hier an der Mauer du bist so, aber ich kann du brauchst die nur nicht hinterherlaufen was? du hast eine Pistole und eine Munition wieso packst du jetzt eine Waffe weg? musst du da nicht sagen du lächst hier den Berg runter oder was geht? ich suche uns immer noch ob ich hier irgendwie den Typen sehe, der geschossen hat weil der hat ja geschossen ja der hat ja geschossen, aber hier ist es keine ich laufe gerade wie ein Film drückte die ganze Zeit um die Feuerwehr wenn der Mini schafft die sind jetzt gerade im Supermarkt die zwei da war aber nichts großes komm da mal runter es gibt keinen Fallschaden, gell? nein, sollte es momentan nicht gehen was hast du meine Axt, Lukas? ich bin tot ahahahahaha ha ich bin auf dem mittleren Dach nicht den ganz oben Turm und auf dem Dach nicht sein kann, sondern dass sie das wieder akzeptiert haben. aber gestern war's kein Falsschirm jetzt solche Musik, ey, ey jetzt jemand laufen sehen, ey das ich wurde jetzt hin Also jetzt muss ich da schnell hoch und die Axt nennen ja nicht. Da liegt er. Der Hase. Hä, wie konntest du die Pistole mitnehmen? Na fuck auf, ich komm zu euch. Wie, die lag da oben auf dem Dach? Ja, aber du hattest gar keine Klamotten dafür und so. Ich hatte aber noch, glaub ich, Platz, oder? Naja, eigentlich, du hattest irgendwie nur vier Platz und da ist aber eine Spaghetti, eine Tuna und die Pistole gegangen. Noll. Ja, aber hab ich ihr weggepackt, die waren ruined. Dein Sprung hat's kaputt gemacht. Oh, jetzt schießt der hier. Jetzt sag ich die ganze Zeit, dass ich Freunde machen, weil er mich nicht auf mich schießen soll. I'm on my way. Ich geb deinen Freunden ne Kugel. Oh, die vorangestellten Charaktere wurden besettet. Hä? Ich bin jetzt nur Tosti und kein Präsident mehr. Irgendwie ist ich jetzt Tosti und Tosti und Tosti, wo ich nichts gemacht habe. Einfach respawn geklickt. Ja, bei mir wechselt er das auch immer ab und zu mal. Keine Ahnung, ich stell da überhaupt nie was ein. Ist mir einfach irgendwie echt völlig egal. Wir erzählen ihm grad die ganze Zeit irgendeinen Müll, dass er mir die Waffe zeigen soll, weil ich noch nie eine gesehen hab. Oh, jetzt zeigst du mir mal ne Waffe, in der du sieh? Hab ich noch nie gesehen. Ich sag ja, kannst du mir eine Waffe zeigen? Ich hab noch niemanden gesehen. Das sieht so unnormal schnell aus. Oh, da will jemand auf mich schießen. Gucken, ob sie treffen können. Ne, können sie nicht. Ich sag, ich lauf die ganze Zeit außerhalb der Feuerwehr rum und lauf den Sechzecke. Der trifft mich nicht und der schießt und schießt. Und ich sag, die ganze Zeit, er hat eine Elm wie eine betrunkene Frau. Und ich glaub, das ärgert ihn. Besser wie ein Zombie. Jetzt muss ich erstmal in die Feuerwehr um. Vielleicht schießt wieder um. In die Feuerwehr schnell. Ich hab übrigens keine Ahnung, wo der sein könnte. Wo wer sein könnte. Na, hier stehst einer. Ja, ich bin doch gar nicht bei dir in der Nähe. Wo bist du denn? Alter, ich... Ja, Cerno! Ja, vom Ballotte rennt man nicht mal innerhalb von zwei Minuten dahin. Und wo ist Alex? Keine Ahnung. Wo ist er jetzt hin? Keine Ahnung. Ja, jetzt hat er Angst gekriegt, oder was jetzt, wo ich zurückschießen kann. Das ist nicht verarschen. Ich kann nicht immer reden, weil ich muss ja singen, während ich renne. Wie, du musst singen. Ich glaub, ihr singt mit dem Spastenborg, also nach oben alt durch die Gegend. Sie singen dauernd irgendwelche Thrones-Lieder, die ich auswendig kann. Eigentlich sind es nur zwei. Aber die singen hier schon wieder. Das eine ist das Reince of Castamere und das andere ist das, äh, Tyrion-Liter. Half-Man's Song.